Herzlich willkommen zur Umlaufmappe in dieser Woche. Wir sind hier auf der Baustelle am Marktplatz. Wir haben heute die Anwohnerinnen und Anwohner und die Projektbeteiligten mal zum Baustellenfrühstück eingeladen, um offiziell den Startschuss für die Baumaßnahme zu geben. Wir freuen uns total, dass der Marktplatz jetzt umgebaut wird, an Attraktivität gewinnt und im nächsten Jahr dann hoffentlich fertig ist. Das Projekt läuft schon ein bisschen in der Planung. Wir haben eine riesengroße Bürgerbeteiligung gemacht. Ganz viele Menschen haben uns dabei unterstützt, haben ihr Votum abgegeben. Und ich glaube, es ist eine wirklich tolle Planung dabei rausgekommen, um diesen Platz mitten in der Innenstadt zu attraktivieren. Also freuen Sie sich drauf. Wir werden sicherlich weiter darüber berichten.